Oh, wie schön das ist. Danke, dass ich das erleben durfte. Guck mal, wie rot es schon ist. Jetzt vor allem. Los, Becci! Ich glaube, Klopfer ist, glaube ich, ganz gesund. Ist bestimmt klopferinbereit. Oh ja, mehr davon. Oh, das ist gleich mit dem Hecken. Da kommt es mal so ein Tropfen. Ich muss noch runterschlucken, lässt sich klar. Du hast noch ein bisschen Autofolie. Da steht noch ein bisschen Spügel in der Ecke. Vielleicht wird es das nicht her. Warte! Was? Sicher! 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 Ja! Ja! Jetzt runterschlucken! Mit einem Mal! Das ist doch einfach, dass es drin soll. Was ist der? Ja! Ja! Das ist so ein bisschen! Ja! Das ist das so. Ja! 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 Soll ich mir ein paar Teile ausschicken? Lass es einfach! Nein, lass es nicht! Sag doch sowas nicht! Nein! Neben dir steht der Müll! Wo? Oh! Prost, Linden!